Morgen 6.30 Uhr in der Früh Gleich geht's auf die Waage Kampftag Und zwar Allerster Kampf Ring A Gegen Indien Kampfpass Reisepass Die Medical Check Und ganz wichtig Die ID Card Alles muss mit dabei sein Damit die Leute einen auch identifizieren können Wenn man sich das mal da ansieht Wie das immer so abgeht beim Einwiegen Und kurz vorher Die Leute machen alle Gewicht Die sind alle am Schwitzen Und am Stress machen Und im Grunde genommen Wenn man das nicht mal genau betrachtet Ist es ja alles fake Wir haben zwar eine feste Gewichtsklasse Wo wir uns alle treffen Und dann auch richtig schön kämpfen Aber im Grunde genommen startet jeder Bei einer eigentlich völlig anderen Gewichtsklasse Und jeder kocht so seine 1, 2, 3 Kilo ab Je nachdem Was er vorher für ein Gewicht hatte Vorher mal eine runde Vaseline ins Gesicht Was dann schon mal ein bisschen einwirken kann Damit wenn man mal getroffen wird Die Haut nicht direkt darunter leidet Und zwar im Gegenteil So ein bisschen den Schlag weiterleitet Übermäßig Vaseline nutzen ist ja verboten Aber wenn ich einmal jetzt was drauf tue Und das zieht schon mal so ein bisschen ein Macht die Haut schon mal geschmeidig Und dann gleich noch mal kurz vorm Kampf Dann kann ja fast schon nichts mehr schief gehen Das darf natürlich nicht fehlen Das darf natürlich nicht fehlen Das darf natürlich nicht fehlen